Im ewigen Schnee auf 4'500 m über Meer hat die Lies ihren Ursprung. Die alten, verlassenen Goldminen liegen hoch oben auf über 3'000 m. Ich prospektiere einen für mich neuen Bach. Eine Bedrockstelle mit Felsritzen ist gefunden. In Gedanken bin ich schon beim grossen Gold. Doch nichts hier. Etwas flussaufwärts finde ich im Sand das kleine Gold. Glücklich, wer eine Lupe im Gepäck hat. Siehe da, ein solch kleines Stück ist Gold verbunden mit dem Ursprungsgestein. Berggold von hoch oben. Ich träumte vom grossen Gold und fand das hohe Gold.